Sphinx im Lotus Von der Sitzstellung ausgehend, falte deine Füße und Beine in den Lotus, dann gib die Hände nach vorne, hebe das Becken hoch über die Kniehaltung, senke dann die Ellbogen unter die Schultern und lasse dann Becken und Bauch auf den Boden gehen, lächle und gib die Schultern nach hinten. In der Sphinx wirst du normalerweise nach vorne schauen, eigentlich gehört ja Sphinx auch zu den rückenschonenden Übungen, rückenschonenden Rückbeugen, die zwar die Flexibilität und Kraft stärken, aber nicht zu weit in die Rückbeuge gehen. Allerdings, wenn du die Sphinx im Lotus kannst, dann gehörst du ja nicht zu den Anfängern, sondern vielmehr zu solchen, die guten Lotus haben. Auch dort schaust du normalerweise nach vorne, um dann den Scheitel mit der Himmelsenergie zu verbinden. Du könntest aber auch den Kopf nach hinten geben und nach oben zum Himmel schauen. Sphinx ist ja zum einen eine Verbindung mit Mutter Erde, zum anderen eine Öffnung des Herzens und zum dritten eine Verbindung mit dem Himmel. Spüre das und so kommt ein großes Gefühl von Einheit in der Sphinx im Lotus. Das war's. Das war's.